Ja, herzlich willkommen beim nächsten Video. Jetzt wollen wir uns anschauen, was für Tastenkürzel es gibt und wie man die findet und wie man die möglicherweise editieren kann, wenn man will. Dazu gehen wir wieder unten links auf das Zahnrad und jetzt gehen wir hier nicht auf Settings, sondern wir gehen auf Keyboard Shortcuts, beziehungsweise wir können auch mal kurz auf Keymaps gehen. Bei Keymaps könnt ihr euch die Erweiterung runterladen, die dann die Tastenkürzel aus anderen Editor oder IDEs übernimmt. Das heißt, wenn man jetzt der übelste Hackerboy ist und irgendwie mit Vim sein ganzes Leben schon programmiert hat oder gearbeitet hat, kann man sich die Keymap vom Vim runterladen und dann hat man genau die gleichen Tastenkürzel wie bei Vim. Ich meine, ich verwende sowas nicht, aber das ist eine Option, die ich kurz zeigen wollte. Was wir jetzt machen wollen ist, wir gehen auf das Zahnrad und gehen dann hier auf Keyboard Shortcuts und hier sehen wir jetzt alle Keyboard Shortcuts, die es gibt. Und das Wichtige beim Keyboard Shortcut ist erstmal, jeder Shortcut hat einen Namen, das ist hier dieser Command-Name, dann das Keybinding, das ist das, was man wirklich dann auf der Tastatur drücken muss. Und wenn ihr jetzt ein Mac-Nutzer seid, dann kann sich hier das unterscheiden. Denn bei den Einstellungen kann man setzen, für die verschiedenen Betriebssysteme verschiedene Keybindings unter Umständen. Denn bei Mac hat man ja nicht diese Control-Taste, sondern der heißt ja, glaube ich, CMD-Taste, also dieses komische Symbol. Ich bin jetzt kein Mac-Nutzer, aber ich will nur darauf hinweisen, bei Mac kann unter Umständen hier anstatt Control dieses Command, glaube ich, stehen. Das heißt, wir haben das Keybinding, dann haben wir noch unter Umständen, wenn hier was steht außer einem Bindestrich, eine Bedingung, wann dieses Keybinding überhaupt aktiviert oder verwendet werden kann. So, wenn wir uns jetzt anschauen, zum Beispiel haben wir jetzt hier das Keybinding Copy, wo wir uns einfach Text kopieren können. Das ist ja, nicht verwunderlich, STRG-C oder CTRL-C. Und bei dem gibt es jetzt keine Condition. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Zeile, die aktuelle Code-Zeile nach oben oder unten kopieren will, dann wäre das dieses Copy Line Down oder Copy Line Up. Sagen wir mal Copy Line Down. Da wäre das Tastenkürzel Shift Alt und der Pfeil nach unten, also Down Arrow. Hier gibt es jetzt aber eine Condition, das ist dieses When. Das heißt, das Tastenkürzel triggert nur, wenn die Condition erfüllt ist. Und diese Conditions sehen jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen verwirrend aus, was das hier überhaupt bedeutet. Ich hoffe, die sind mehr oder weniger selbsterklärend. Hier steht jetzt Editor Text Focus. Das bedeutet, wenn ich mal kurz eine Code-Datei öffne, ich nehme mal diese Python-Datei. Ich mache mal hier Print Hello World. Einfach eine komplett easy peasy Datei. Wenn ich im Editor-Fenster reingeklickt bin. Das heißt, wenn ich jetzt hier, das ist ja das Editor-Fenster hier, zum Beispiel in dieser Python-Datei reingeklickt bin. Dann ist die Bedingung Editor Text Focus wahr. Das heißt, wenn ich im Editor hier reingeklickt bin, ist diese Bedingung wahr. Dann muss auch noch die Bedingung gelten, dass die Datei nicht irgendwie einen Schreibschutz hat. Weil wenn die Datei einen Schreibschutz hat, dann kann ich ja nicht die Datei verändern. Das heißt, das ist jetzt hier zum Beispiel die andere Bedingung. Und es gibt jetzt, sagen wir mal, 20 verschiedene Bedingungen, die es so gibt. Und je nachdem, was für ein Keybinding ihr jetzt verwenden wollt, oder Shortcut besser gesagt, gibt es halt eine andere Bedingung, beziehungsweise der Bindestrich würde das bedeuten, es gibt keine Bedingung. So, jetzt haben wir ja gesehen, für dieses Copy Line Down haben wir das Tastenkürzel Shift Alt Pfeil nach unten. So, dann drücke ich jetzt Shift Alt Pfeil nach unten gleichzeitig. Das heißt, wenn jetzt hier die verschiedenen Tastenkürzel durch ein Plus getrennt sind, bedeutet das, man muss alles gleichzeitig drücken. Es gibt gleich noch einen anderen Fall, den ich zeigen werde. Aber jetzt hier drücke ich Shift Alt und Pfeil nach unten. Und wie wir sehen, würde er jetzt hier die Zeile nach unten kopieren. So, ich mache das hier mal wieder komplett rückgängig, dass ich nur diese eine Zeile hier habe. Und jetzt gibt es halt Dutzende Shortcuts, die man verwenden kann. Klar, es gibt welche, die verwendet man eher. Es gibt welche, die werdet ihr höchstwahrscheinlich niemals verwenden. Ähm, wir können ja mal kurz durchgehen. Also, sowas wie Copy ist ja klar. Ja, Steuerung C. Okay, dann gibt es sowas wie Cut, das ist ja Steuerung X. Das ist, dass man eine Zeile ausschneidet. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich lege mir mal ein paar unterschiedliche Zeilen an. Irgendwie Hello World 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich jetzt hier in der Zeile 2 bin und ich drücke Steuerung X, dann würde er die ganze Zeile entfernen. Das heißt, Hello World 2 ist jetzt verschwunden. Änderungen rückgängig machen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Geht mit Steuerung Z. Und in diesen, das ist ja eigentlich ein Stack von den Änderungen. Also, sagen wir mal, vielleicht um das mal kurz zu erklären. Wir haben jetzt ein paar Änderungen ausgeführt. Nämlich zum Beispiel, wir haben einen Delete ausgeführt. Und wir haben irgendwie ausgeführt, dass wir den Text hier geändert haben von Hello World 2 zu, ich nenne das gleich Hello World 22. Wenn ich jetzt das ausgeführt habe, hier das zu 22 umbenennen, und ich drücke dann Steuerung Z, dann gehe ich so gesehen in dieser Änderungsreihenfolge, in diesem Änderungsstack, einen Schritt zurück. Wenn ich, aber wenn ich dann wieder zurückgegangen bin, dann bin ich ja hier bei Delete. Und ich habe gemerkt, ah nee, ich wollte doch Hello World 22 schreiben. Dann könnt ihr ja Steuerung Y schreiben. Dann geht ihr wieder in diesen Stack einen runter. Das heißt, wenn ich jetzt die Hello World 22 schreibe, und ich drücke jetzt Steuerung Z, würde ich wieder bei Hello World 2 sein. Wenn ich jetzt Steuerung Y eingebe, bin ich wieder bei Hello World 22. So, die ganzen Debug-Sachen lasse ich jetzt mal außen vor. Da gibt es hier relativ viele, ja, Shortcuts, um zum Beispiel eine Datei zu öffnen, um einen neuen Ordner zu öffnen, also so gesehen einen neuen Workspace-Ordner zu öffnen, und so weiter und so fort. Was ich jetzt gerade für den Moment zeigen will, ist, dass wir zum Beispiel Steuerung F drücken können, um, dafür muss ich meine Kamera wegschieben, hier so ein Suchfeld zu haben. Und hier können wir jetzt für diese aktuell geöffnete Datei, wichtig, nur für die aktuell geöffnete Datei, nach bestimmten Text suchen. Zum Beispiel suche ich jetzt hier nach Hello. Ich habe jetzt hier, wichtig, Hello mit einem kleinen H oben in dem Suchfeld eingegeben. Und ich mache mal kurz Faustcode größer, damit ihr es besser lesen könnt. Das geht mit STRG++, by the way. Sieht jetzt hier ein bisschen Overkill aus, aber dann könnt ihr es besser lesen jetzt im Video. Ich habe jetzt hier Hello mit einem kleinen H eingegeben. Und man hat jetzt hier verschiedene Optionen bei der Suche, ob man zum Beispiel nur nach Hello suchen will, was genau so geschrieben ist, von einer großen und kleinen Schreibung. Das heißt, wenn ich nur nach Hello suche mit einem kleinen H, und sagen wir mal, das hätten wir hier nur in Zeile 6 vorliegen, dann kann ich hier dieses Feld auswählen, wo jetzt Match Case steht. Und dann würde er nur nach Übereinstimmungen suchen, die von der großen und kleinen Schreibung exakt gleich sind. Und das wäre ja nur das in Zeile 6. Denn die Hellos in Zeile 1 bis 5 haben ja ein großes H. Das heißt, das Lower- und Uppercase stimmt ja nicht überein. So, sagen wir mal, es steht hier in Zeile 6 Hello 2. Dann würde er immer noch finden, naja, dieses Teilwort, also der Substring hier, Hello wurde ja dennoch gefunden. Wenn ich jetzt aber bei dieser Textsuche, nach nur einem vollständigen Wort suche, dann würde ich dieses nächste Feld hier auswählen, wo er jetzt steht, Match Whole Word. Also das ganze Wort muss übereinstimmen. Und Wörter werden bei dieser Suche durch Leerzeichen getrennt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf klicke, findet er nichts. Denn das hier heißt ja Hello 2. Ich suche aber nach einem Wort, was nur Hello heißt. Das heißt, das ganze Wort ist Hello. Da gibt es nichts davor und nichts danach. Wenn ich jetzt nach Hello 2 hier wiederum suche, würde er das ja hier finden. Das sind diese beiden Zeichen. Das dritte Zeichen ist hier, um reguläre Ausdrücke bei der Suche einzugeben. Das lasse ich für den Moment außen vor. Dazu will ich aber nochmal ein gesondertes Video machen, weil das euer Leben um einiges erleichtert, wenn ihr spezielle Anforderungen bei dieser Textsuche habt, sage ich mal. So, aber behaupten wir jetzt mal, wir hätten jetzt hier eigentlich in Zeile 6 wieder Hello mit einem großen H stehen. Dann würden wir wieder keine Übereinstimmung sehen. So, dann nehme ich diese beiden Symbole raus. Das heißt, wenn die nicht, oder wenn danach nicht gefiltert wird, sind die nicht blau hervorgehoben, wie man hier sieht. Ich suche jetzt nach Hello mit einem großen H. Möchte nur Wörter ersetzen, die genauso geschrieben sind. Das heißt, wenn die genauso geschrieben sind, muss ich hier beides auswählen. Denn das zweite guckt nur, ob, wie soll ich sagen, jeder Buchstabe gleich ist. Das heißt, auch wenn alles klein geschrieben ist, würde das übereinstimmen, weil das Wort an sich gleich ist. Wenn ich aber das Wort und die Groß- und Kleinschreibung haben will, muss ich beides auswählen. So, und ich möchte jetzt zum Beispiel den Text ersetzen. Ich möchte jetzt dieses Hello mit einem großen H zu einem Hello mit einem kleinen H ersetzen. Dazu kann ich jetzt entweder auf diesen Pfeil hier klicken oder ihr drückt STRG-H. Dann kriegen wir hier noch ein zweites Feld, nämlich das erste Feld hier ist, nach was wir suchen. Und das zweite Feld ist, wenn wir jetzt das gesuchte gefunden haben, mit was wollen wir das ersetzen? Und hier sage ich jetzt, wir wollen das mit Hello mit einem kleinen H ersetzen. Mit einem kleinen H. Und jetzt haben wir die Option, dass wir entweder alle gefundenen Einträge in dieser Datei auf einmal ersetzen wollen oder Schritt für Schritt. Schritt für Schritt wäre hier dieses erste Symbol, Replace, und alle auf einmal wäre Replace All. Das ist das Tastenkürzel STRG-ALT-ENTER. Das könnt ihr euch schon mal merken, das werdet ihr oft brauchen. Und das hier wäre nur Enter. Das funktioniert jetzt aber nur, dieses Enter, wenn ihr hier reingeklickt habt. Weil dann kann ich hier mit Enter einmal durchgehen und er würde alle einmal ersetzen. So, jetzt mache ich einmal alles rückgängig. Wenn ich jetzt, ups, STRG-ALT-ENTER drücke und ich bin immer noch hier reingeklickt, weil nur dann funktioniert dieses Tastenkürzel, dann würde er alle auf einmal ersetzen. Ich meine, da muss man halt vorsichtig sein. Wenn ihr jetzt eine große Code-Datei habt mit Hunderten oder Tausenden von Zeilen, ist es vielleicht nicht ratsam, den Text überall zu ersetzen, sondern sollte man natürlich Schritt für Schritt durchgehen. Das heißt, man muss sich überlegen, will ich das Schritt für Schritt machen oder nicht. Wenn wir das nochmal kurz rückgängig machen, man kann auch hier durchnavigieren, durch die verschiedenen Einträge. Ich meine, jetzt hier ist das ein bisschen witzlos, da wir eine kleine Datei haben. Aber geht mal davon aus, wir hätten jetzt hier eine Datei mit hunderten Zeilen und ihr wollt gucken, wo gibt es jetzt die verschiedenen Einträge. Dann könnt ihr halt hier Schritt für Schritt durchgehen. Und das, was ihr aktuell betrachtet, ist jetzt nicht so bräunlich hervorgehoben, sondern gräulich, nenne ich das mal. Keine Ahnung, was für eine Farbe das jetzt eigentlich sein soll. Das heißt, damit könnt ihr ja durchgehen. Das Wichtige ist, das ist jetzt aber nur was gewesen für die aktuelle Datei. Um das Video jetzt abzuschließen, man kann das auch machen für alle Dateien, die man gerade im Workspace geöffnet hat. Dafür lege ich mir kurz in meiner JavaScript-Datei auch noch mal ein Hello World hier an für Console.log. Das füge ich mir auch ein paar Mal ein. So. Zehnmal und sagen wir mal, hier habe ich jetzt auch zehnmal diese Zeile. Das heißt, die anderen entferne ich kurz. Das heißt, beide Code-Dateien machen jetzt für ihre Programmiersprache selber ja ungefähr das Gleiche. Und wenn ich jetzt das Hello mit einem großen H in allen Dateien ersetzen will, kann ich jetzt hier links in der Activity-Bar auf dieses Search-Icon gehen. Und hier habe ich jetzt auch wieder diese beiden Eingabefenster für Search und Replace und die gleichen Symbole. Das heißt, von der Handhabung ist das gleich. Nur was hier gemacht wird, ist halt, dass er das für alle Dateien macht. Für alle Dateien stimmt nicht ganz. Nämlich man kann hier auf dieses Punkt, Punkt, Punkt gehen und hier kann man noch einen Filter definieren, welche Datei man inkludieren will beziehungsweise exkludieren will. Darauf gehe ich aber nochmal in dem Video ein, wo ich euch generell Regular Expressions vorstellen werde. Deswegen für den Moment lasse ich das außen vor. Wir verwenden einfach das hier oben und sage ich hier Hello mit einem großen H. Ich will, dass das genau matcht und ich will das durch Hello mit einem kleinen H ersetzen. Lass mich mal kurz dieses Hello hier weglassen. Hier würden wir erstmal alle Einträge sehen. Man kann auch hier dann wieder ja durchnavigieren. Mit der File-Taste mache ich das gerade. Und wir sehen auch hier, welche Dateien das sind. So, wenn man jetzt einen einzelnen Eintrag ersetzen will, dann sagen wir mal hier diesen ersten Eintrag. Da geht man hier auf das Icon, das wäre jetzt STRG-SHIFT-1. Beziehungsweise, wenn man diesen Eintrag ja nicht verändern will, dann könnte man hier auf das Kreuz gehen und dann würde der hier verschwinden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel keinen Eintrag aus der JavaScript-Datei editieren will, dann kann ich entweder bei jedem einzelnen Eintrag auf das Kreuz gehen oder, lass dich nochmal kurz neu suchen, ich kann auch hier für die ganze Datei sagen, dismiss. Dann würde die ganze Datei aus der Suche hier verschwinden. Wenn ich die Einträge für eine ganze Datei machen will, also nur für eine Datei, dann gehe ich bei dieser Datei hier auf dieses Replace-All-Icon und dann hätte er jetzt hier überall das Hello entfernt, in dem Fall jetzt hier. Ich mache das mal kurz rückgängig. So. Wenn ich jetzt für alle Dateien das machen will, das heißt nicht nur für eine einzelne mit allen Einträgen, sondern über alle Dateien mit allen Einträgen, in dem Fall jetzt hier für beide Dateien mit den jeweils 10 Einträgen, dann kann ich hier oben auf Replace-All gehen. Das ist das Replace-All hier oben, bezieht sich auf alle Dateien, was man natürlich nur mit Vorsicht verwenden sollte bei einem Software-Projekt und dann würde er jetzt Überlass ändern. Sagen wir, wir wollen das jetzt zu dem Hello mit dem kleinen H ändern, dann sehen wir auch hier, wenn wir mal da raufgehen, so ein Div-View, also so ein Fenster, wo wir die Unterschiede jetzt sehen würden. Und da kriegen wir jetzt die Zeile hervorgehoben, die geändert werden würde. Das wären jetzt alle Zeilen in unserem Fall hier. Und was geändert wird? Da sehen wir dieses H hier nochmal leicht hervorgehoben. So, wenn ich dieses Civ-View wieder beende, ich gehe jetzt mal auf alle anpassen, dann sehen wir jetzt hier überall ein Hello mit einem kleinen H in beiden Dateien. Das heißt, wenn man mehr als eine Datei editieren will, dieses Search-Feld hier in der Activity-Bar, wenn man nur eine Datei editieren will, Steuerung F beziehungsweise Steuerung H, bezieht sich dann nur auf die eine Datei. Und wenn ich jetzt in die andere reinklicke, lasse ich mich mal kurz das hier schließen, sagen wir, wir haben das jetzt hier nur für Test.py offen und ich wechsle in Test.js, dann gilt die Suchrehe für Test.js natürlich nur. Das heißt, dieses Suchfenster hier gilt immer für die Datei, die geöffnet ist. So. Wie gesagt, es wird nochmal ein Video geben, wo ich nochmal weiter darauf eingehe. Das sollte jetzt erstmal für den Moment gewesen sein. Ja, an sich, ich kann jetzt nicht jeden Keyboard-Shortcut vorstellen. Es gibt wirklich praktische und wichtige, die werde ich im Laufe nochmal vorstellen. Die werden dann immer, ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein Video über das Terminal habe, kann es sein, dass ich da nochmal für das Terminal speziell einen bestimmten Shortcut vorstelle. Das heißt, das wird nach und nach auch nochmal kommen. Ansonsten, ihr könnt ja auch hier einfach irgendwie in dem Suchfeld ja eingeben, wenn ihr jetzt einen bestimmten Shortcut sucht, für zum Beispiel, ähm, ihr wollt eine, äh, ja, Line entfernen. Dann gebt ihr Delete Line ein und dann werdet ihr, wenn ihr zumindest die richtigen Suchbegriffe eingebt natürlich, finden, was das Tastenküssel ist, um eine Zeile zu löschen. Das wäre jetzt Steuerung, Shift K, das heißt, ich kann mal probieren, Steuerung, Shift K, löscht eine Zeile. Ja, das heißt, ihr könnt das Suchfeld da natürlich auch wieder verwenden. Gut, das war es dann für dieses Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch, was haut da rein. Ciao. Ciao.